Jo, servus leute, ich bin's Ruben von GermTopCOD-Show, seit lange mal wieder ein Video für euch, ich hoffe ihr seid überhaupt noch anwesend bzw. verfolgt den Channel, wenn nicht verstehe ich es auch, tut mir leid, die Pause war wirklich lang und es lag einfach daran, dass ich keine Lust hatte und keine Zeit, aber das ganze wird sich jetzt ändern, in Zukunft wieder regelmäßig Videos, also schaut vorbei, wenn ihr Bock habt und ja, die zweite Sache ist die, dass sich ein Channel mit dem Namen GermTopCOD-Shots, das Shots am Ende statt einem O mit einer Null geschrieben, als den richtigen Channel ausgeht bzw. den neuen Channel von GermTopCOD-Shots, da ich angeblich mit allen Channeln gehackt wurde, das ganze stimmt nicht, ist leider an den Haaren herbeigezogen, tut mir leid Bruder, aber ja, ihr werdet es auch an meiner Stimme erkennen, immer noch genau sein geblieben, die vor der Pause, und ja, glaubt dem Typ nicht und schaut bitte weiter in unsere Videos, wenn ihr noch Zuschauer seid und haut rein!